Keine Bewegung! Wow, jetzt wird's ernst. Ich warne euch, Leute. Ich bin eine tödliche Killermaschine. Die haben Sachen mit mir angestellt. Furchtbar gruselige Sachen. Anale Versuche. Sie machten aus mir einen gefährlichen Telekinetiker. Telekinetier dich mal da raus. Ich warne euch, Leute. Ich warne euch. Ich warne euch. Ich warne euch.